Ich teste dein Gehirn. Welche Farbe hat dieses Emoji? Grün. Grün. Richtig. Was steht hier? Intelligent. Intelligent. Richtig. Mit was putzt du morgens deine Zähne? Mit der Zahnbürste. Zahnbürste. Richtig. Denk an irgendeine Zahl zwischen 1 und 50. Beide Ziffern der Zahl müssen ungerade sein und die Ziffern dürfen nicht dieselbe sein. Hast du? Äh. Ich wette, du denkst gerade an 37. Nein. Folg, wenn du die Ziffern gestanden hast, bist du nächstes Mal. Achso, sie dürfen nicht dieselbe sein.